Willkommen am Kulturhof zu Gräwemacher, an diesen zwei Gebäude, wo am letzten Jahrhundert das Schlüchthaus in der Purcht sind 2000 aus dem engen Gebäude Kino, dem Bistro und diesem Gebäude der Lizeboer Treckerei aus Spielkortemüse. Am Müsse gibt es zwei Kollektionen an Ausstellungen, kurz Gutenberg an Diodone. Der Gutenberg hat mit seinen Erfindungen den Druck revolutionär. Der Möder, an den weiteren Entwicklungen, wird das Wissen aus den Büchern immer mehr verbrät. Viele Inwälzungen an dieser Gesellschaft wird dadurch recht ermöglicht. An der Ausstellung kauft der Fokus auf die Lizeboer Buchdruckgeschichte gelöscht. Nervt objeen Pannungen an Filmen, gibt es feier interaktiv Stationen, wo er sich in der anderen auch an engem Spiel als Handsetzer ausprobieren kann. Zum Schluss vom Tour kann er sich nach ob enger Klänge Handpress das Souvenir selber tricken. Die zweite Ausstellung ist aus der Diodone-Dynastie gewidmet. Der Jean Diodone wird sich 1750 zu Gräfemacher installiert. An hier in Asing-Irwen und über fünf Generationen auf drei Plätze Spielkorten produziert und exportiert. Die Ausstellung steckt Lokalgeschichte, aber auch Internationalgeschichte. Diodone-Dynastie gewidmet. Diodone-Dynastie gewidmet. Diodone-Dynastie gewidmet. Vielen Dank.